Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir haben immer noch Tag 33, 13.13 Uhr. Zu viel Dreien einfach für heute. Ja, ich muss noch mal kurz nach Hause. Ich habe ja direkt im Anschluss wieder aufgenommen, im Anschluss zur letzten Folge. Äh, eins wollte ich mal ganz kurz gucken. Warte mal, ich habe doch hier eine Mod drauf, ne? Eisenbrecher-Mod, Bunkerknacker-Mod. Äh, verändern. Ähm, Schaden gegen Eisen, Schaden gegen Stein. Die nehmen wir, glaube ich, mal raus. Und packen die mal hier mit drauf, wenn das geht. Wird ja Sinn machen. Reparieren können wir auch. Da ist auch keine, ach so, da ist keine andere Mod drauf. Äh. Ja gut, sonst nehmen wir den Tank raus. Sonst nehmen wir den Tank raus. Aber das wäre, glaube ich, ganz praktisch, dass wir dann hier Stein drauf haben. mal gucken, ob wir die bauen können, die Bunker-Knacker-Mod. Ob wir die setzen können. Äh, Bunker-Knacker-Mod. Können wir sogar, können wir sogar craften. Das ist gut. Dann brauchen wir uns gleich noch eine zweite fertig. Schöner wäre es natürlich, das Rezept noch zu haben. Ach so, Rezept. Richtig, wir waren ja noch mal eben zum, wir wollten ja eigentlich auch noch mal zum, zum Händler. Beziehungsweise, wir waren ja schon beim Händler, aber wir haben nicht geguckt, ob der schon irgendwelche Rezepte oder sowas hat. Ja, ihr seht, also wir haben hier noch Schweine viel Arbeit für uns. Wo ist eigentlich mein Bike hin? Muss ja auf der anderen Seite sein. Da hab ich doch irgendwo geparkt. So. Was futtern müssen wir noch? Dringenst. Na. Nicht, dass du trotzweil ist, nur zum Händler. Obwohl, es macht eigentlich keinen Sinn, bis zum Händler zu fahren, oder? Egal. Egal, wie ich es mache, ist es sowieso verkehrt. So, einmal kurz rüber donnern. So ein Sackgesicht hier, weil er ist immer grundsätzlich unfreundlich, der Heini hier. Grundsätzlich. Weißt du, da sind wir schon Nachbarn. Ich bringe ihm den meisten Umsatz, würde ich mal fast behaupten. Und dann mault er mich an. Was? Fool? Du nennst mich Fool? So kleine Rohre. Bewegungssensorik. Ja gut, könnte auch mal ganz interessant werden. Aber ich glaube, wir haben ihn auch viel verkauft, ne? Tag 34. Ja, okay. Dann kriegt er jetzt Reloot. Äh... Haben wir schon alles, ja. Ah, 4x4 Truck. Yo. Da müssen wir übrigens auch gleich fertig sein. 4x4 Truck. Da müsste er ja auch schon fertig sein. Okay. Schrohflintengeschützturm. Nee. Okay. Am nächsten Tag also. Okay. Dann lohnt es sich, das am nächsten Tag nochmal hinzufahren. Genauso zu den anderen Händlern. Das heißt, wir machen am nächsten Tag mal so eine kleine Händlertour. Ja, zugegeben. Also da wäre natürlich durchaus, äh... Ein Helikopter vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, vielleicht überlege ich es mir nochmal. Vielleicht brauche ich mir doch nochmal einen Heli. Ich weiß ja nicht. Also ich bin kein Fan davon. Also so. Erstmal runtergehen. Muschen wir noch futtern. Oh, so sieht das nicht. War aus, ne? Hatte ich euch ja, glaube ich, schon mal in der letzten Folgezeit. So ist dann dieser kleine Vorsatz. Und so hat man dann eine Ebene mehr, die dann schützt. Und die aber nicht so penetrant... Das Gebäude nicht so penetrant groß werden lässt. Ah, nein, 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 nein. Ich will nicht auch noch fallen. So. Ja, die Bunkerknacker-Mod, die könnten wir uns eben dann halt auch nochmal... Können wir uns dann auch nochmal geben. Vielleicht bauen wir sonst auch nochmal eine zweite Mod, noch diese Eisenbrecher-Mod oder wie die heißt. So. Mein Auto ist fertig. Geil. Sehr schön. So, da haben wir ein bisschen Badon. Assiziment. Da haben wir auch nochmal 205. Äh, zack, 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 zack. Äh, Stein haben wir jetzt natürlich nie so viel. Ein bisschen können wir da rein schmeißen. Wie viele Stein haben wir auch auf Lager? Naja, gut, wir haben eigentlich noch schon was hier auf Lager. Ich glaube, zum Craften von Zement hatten wir auch noch ein bisschen Stein. Naja, ein bisschen Stein, was ist denn ein bisschen Stein? Packen wir es sonst hier mit bei. Oh, die können wir auch nochmal setzen. So, die müssen wir auch nochmal setzen. Äh, zack. Aber sonst ist mal da Zement rein. Schaut's hier aus. Oh, hier sind wir fertig. Das ist gut. Mal ausschalten. Ah, na, 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 na. So, ein bisschen Lehm können wir erst mal rein braten. So, nochmal da rein. So, wir tauschen das einmal aus. So, das da rein. So, 96. Das ist jetzt nicht so viel. Hm. 6.000 Stein. Ein 6.000 davon. Ja, sonst machen wir nochmal Hälfte. Machen wir nochmal die Hälfte da rein. Wir werden gleich noch ein bisschen zu Stein kommen. Wenn wir nachher den Sockel bauen. Für die Feralbasis. Dann kommen wir da auch noch ein bisschen zu. Bisschen mehr Material. Also, und Gras. Ja, gut, Gras brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aber ich lagere es trotzdem erstmal ein. Was soll's. So. Tankmod. Die Tankmod packen wir erstmal hier wieder rein. Tankmod. Ja, da kommen wir schon ein Stückchen weit. 130 Blöck ist jetzt auch nicht so viel. Ja, gut, da müssen wir natürlich dann noch den kompletten Graben wieder weiter ausheben. Naja, das ist natürlich scheiße. Keine Frage. Na gut. Optimal ist das nicht. So, was haben wir denn ein schönes, leckeres da? Gar nicht mal so viel. Zumindest nicht fertig gebraten ist. Hatten wir nicht mal Gemüse? Gemüseeintopf und sowas? Hatten wir sowas nicht einfach mal da? Wobei mir war irgendwie danach... Ah, meine ich doch. Guck mal, meine ich doch, dass wir sowas hatten. Ich wundere mich doch gerade. Wir hatten noch was aufgesetzt. Und ich wundere mich schon, warum da nichts da ist. Okay. So, dann können wir uns nämlich da gleich ein bisschen was reinbraten. So, ach, dann können wir uns eigentlich gleich auch einschmeißen. Hallo, du hast das Essen. Danke. So, dann haben wir uns da noch mal einen rein. Dann haben wir hier so einen Wildbret-Eintopf. Hauen wir uns auch noch mal rein. Ein bisschen was. So, sehr schön. Ich hoffe, das reicht erstmal. Betränke können wir uns auch noch mal hier so einen Yucca-Smoothie noch mal reinbraten. So. Soll das mal gehen. So. Das ist okay. Das ist nicht in Gange. Das ist auch nicht in Gange. Da ist nichts in Gange. Da ist nichts in Gange. Hm. Ja, bauen wir jetzt erstmal weiter. Bauen wir jetzt erstmal weiter. Bauen wir jetzt erstmal weiter. Ah, ich glaube, ich baue es mal weiter. Lassen wir es mal weiter bauen. Irgendwann müssen wir da ja auch mal ein bisschen zu Potte kommen. Auch wenn wir da noch eine ganze Menge Zeit und Material investieren müssen. weil ich noch gar nicht so richtig weiß, wie wir es halt machen mit der Farall-Basis, ne? Das ist das Dilemma. Ich weiß es eben momentan nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, man muss sich da immer so rantasten. Und man kann hier eben halt auch mal neue Sachen ausprobieren. Entschuldigung. Deswegen mache ich sowas ja auch mal ganz gerne. So, dann können wir uns erstmal hier nochmal kurz den Wagen hinsetzen. Ach, jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Oh Gott, das will ich nicht. So. So. Zack. Nachttanken. Alter Schwede, mal eben 10.000 drin, ne? Ja, okay. Das Ding ist natürlich hungrig, ist klar. Aber die Antenne ist schon immer hier vorne dran. Egal. Ne, wir brauchen hier ein Aufwerttool. Ein kleines Aufwerttool. Ein kleines Aufwerttool. Äh. So, einmal. Ein kleines Aufwerttool. So. So, wegzu heute. Zack. So, die können wir gleich nochmal setzen. Beton haben wir ein bisschen dabei. Bisschen Holz haben wir dabei. Gläser, die können wir hier oben gleich mit reinschmeißen. Knare. Die packen wir uns erstmal auch. Ja, gut. Ja, lassen wir. Die nehmen wir erstmal. Tag 34 haben wir auch noch nicht. Das ist dann hier ein Re-Loot-Tag. Ja, okay. Ja, gut. Müsstum nennt sich das eigentlich viel näher. Aber wie gesagt, ich meine eben halt auch, es ist ja nicht schlimm, wenn man mal mal ein paar Sachen ausprobiert. Man sieht dann eben halt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Irgendjemand muss es ja ausprobieren. Auch wenn er natürlich in den Kommentaren dann auch öfters nur schreibt, hey, warum machst du es nicht so, warum machst du es nicht so? Ich probiere ihn halt gerne aus. So. Geil. Komm, wir drehen mal eine Runde. Ja, geil. Schick. Einfach nur schick. So. Geil. Schöner 4x4 Truck. So hört sich das. So. So. Gut. Dann. Chakalak. Bisschen wir es mal runter. Und sagen nämlich, dass ich hier, genau, dass ich mich ein bisschen reparieren muss. Das dachte ich mir nämlich schon. Das dachte ich mir nämlich schon. So. Überall so ein bisschen, ein paar Crackles drin. Auch wenn er über 100% steht, ne? Aber trotzdem ist er mal ein so ein kleines Stückchen, was dann doch noch kaputt ist. So. Hier ist schon alles gut zu sein. So. So. Hier ist auch alles gut, glaube ich. So. Sehr schön. So. Ist noch ein bisschen was. Alles klar. So. Erstmal setzen wir hier noch die Frames rein. So. Da sind wir noch gar nicht fertig. So. Dann setzen wir hier mal die Mauern. Weil wir hier safe sind. So. Gieß mal. Dann haben wir nämlich den Mauernpart nämlich dann auch schon wieder fertig. Ja und wie ich es halt sagte, ne? Das ist, äh, so sieht das dann nachher aus. So wäre das halt schwebend. So wäre das dann eben halt schwebend. Ob das effektiv ist, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das eben nicht der Fall ist. Weil jetzt habe ich ja kein Benzin mehr dabei. Ich bin so bescheuert. Warum nehme ich auch kein Benzin mehr? Ah. Gott. Dann geht es mal wieder hin und her laufen. So. Gut. Na ja, aber wie gesagt, das ist, äh, könnte man... Ich bin ja echt uneins. Ich bin ja echt uneins. Das alles wegzureißen, ist zwar ganz nice. Ja. Aber dann müssen wir eben dementsprechend den Graben auch wieder tiefer ziehen. Das wird schon wieder so ein Dauerprojekt, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich wollte eigentlich diesmal wirklich simpel bauen, würde das eigentlich in jeder Staffel. Und nachher würde das dann doch ein wesentlich größeres Projekt, als ich mir gedacht hätte. Und ich brauche dann anscheinend Benzin. Das müssen wir auch noch machen. Wie ich ja schon sagte, ich werde mal mal losziehen und mal komplett alle Ressourcen mal einsammeln. Ob das Öl ist, beziehungsweise Ölschiefer ist, ob das Eisen ist, ob das Blei ist, ob das Nitrat ist oder sowas. Ich werde das nochmal alles komplett mal abfarmen. Aber das werde ich natürlich dann nicht aufnehmen, weil das ist ja Blödsinn. Das ist ja kompletter Blödsinn. Aber dann haben wir vielleicht mal wieder mal die ganzen Kisten voll. Dann haben wir auch die ganzen Werkbänke, um mal wieder ordentlich was zu tun. Apropos Werkbänke. Wir können eigentlich gleich mal die Munition, die müsste eigentlich auch schon so weit durch sein. Dass wir da nochmal wieder ordentlich craften. Machen wir eine normale Standard-67er-Munition, würde ich sagen. So, das müsste ja durch sein, na? Ja, das ist alles fertig. Munitionsmaterial. Dann machen wir uns auch erstmal alles mit, was wir haben hier. So. Wenn wir das nicht alles brauchen, aber egal. Also, einmal, zack, Rezepte. Panzerbrechend. Nö, also, ja, Hohlspitz war nicht so verkehrt. Was können wir machen? 2.035 Schuss. Ja, machen wir doch. 2.035 Schuss. Machen wir über 6.000. Schießpulver verballern wir. Patronenhülsen. Ja, renn damit. 1.035 Minuten, 2.035 Schuss. Da kommen wir erstmal eine Weile mit hin. Aber was heißt eine Weile? Das reicht für eine Horde. Nein, für zwei Horden vielleicht noch. So. Material. Zack, 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 zack. Einmal sortieren. So, da seht ihr schon wieder. Wir brauchen schon wieder Nitrat. Wir brauchen wieder Kohle. Für Benzin brauchen wir wieder Öl, Ölschiefer und so weiter. Vielleicht mache ich mal so eine Tour. Das könnte man eigentlich wunderbar kombinieren, wenn wir sonst eine Händlertour machen. Dann machen wir sonst eine Händlertour. Gucken bei den Händlern vorbei unterwegs. Wir müssen dann sowieso durch die Wüste durch. Dann holen wir uns ein bisschen Sand. Wir holen uns ein bisschen Öl und so weiter und so fort. So eine ganze Schmodder, ne? Und dann... Ja gut, die haben natürlich jetzt nicht so viel. Machen wir mal kurz eine Stunde. Was wollte ich sagen? Wir haben jetzt nicht so viel. Was wollte ich sagen? Nicht so viel von was? Was soll ich denn sagen? Wir haben nicht so viel. Scheiße, vergessen. Achso, so viel Messing wollte ich sagen. Genau. Wir haben ja... Wir haben jetzt... Messing müssen wir dann ja auch wieder gucken. Aber wir haben jetzt mal 1310 Messing. Haben wir jetzt noch über. Da ist es alles leer gelutscht. Blei können wir... Achso, Blei können wir hier noch ein bisschen machen. Beziehungsweise machen wir uns noch ein bisschen Schrot. Schrot. 2634. Ja, können wir ja machen. Hauen wir alles raus. Dann hauen wir erstmal wieder ein bisschen Schrot da. Und dann machen wir die nächsten dann wieder nur Bullet-Tipps und so weiter und so fort. Das können wir ja schon ganz gut machen. Das können wir ja ganz gut machen. Das passt schon. So, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Lehm. Und dann packen wir hier gleich wieder Lehm ordentlich rein. Da müssen wir ordentlich erstmal wieder Lehmvorrat haben. Und Eisen, na, seht ihr ja auch. Also Eisen, Messingjagd müssen wir wieder machen. Blei müssen wir ordentlich abbauen. Sand müssen wir ordentlich abbauen. Damit wir das... Wir brauchen es ja zum Bauen und nachher für noch Glasherstellung. Gut, Lehm ist das, glaube ich, derzeit nicht so unser Problem. Stein brauchen wir. Aber wenn wir den Sockel hinten bei der Ferral-Basis, wenn wir das erstmal alles weggekloppt haben, haben wir auch ein bisschen mehr Stein über. Ja, wir brauchen so viel Material. So, hier machen wir auch ein bisschen was. Cool, da können wir auch gleich ein bisschen craften. Zack. Ähm, 415. 415. Mission Impossible. So, einmal 2, nehmen wir mit. Äh, sie sagt, ich möchte eigentlich alles voller Benzin haben. Alles. Gnadenlos. So, das kurz weg. Gut, und ab mal oben. Habe ich jetzt noch was vergessen? Das Tool habe ich dabei. Zum Reparieren habe ich dabei. Gut. 129, okay. 129 Blöcke ist jetzt auch nicht die Welt, aber... Die Wände sind ja auch nicht so dramatisch. Bei der Ferral-Basis. Also die äußeren Wände, ne? Die sind ja nicht so dramatisch. Die greifen sich nie so stark an. Wichtiger wären dann eben halt die Gebäudemauern. Und das Sockel. Das wären eigentlich so die zwei... Die zwei Dinger. Das nächste... Der nächste große Schritt wäre natürlich dann... Der nächste große Schritt wäre dann natürlich... Das alles mit Stahl aufwerten. Das würde mal auch viel, viel Eisen in Anspruch nehmen. Aber gut. Das machen wir auch nach und nach. Nach und nach. So, nach und nach und nach und nach und nach. Viel Arbeit. So. Okay. Ich könnte mir erst mal reparieren, würde ich sagen. Einmal reparieren, bitteschön. Einmal nachtanken. Und dann können wir hier ein bisschen Gas geben. Und ein bisschen runterdrehen, die Lautstärke. Ich hoffe, dass ich dann aber die Schreier gleich noch höre. So. Brunnen wir uns hier einmal komplett durch. Machen wir mal, würde ich sagen, mal Reihe für Reihe. Und laufen auch nicht Gefahr, dass das Gebäude hier zusammenstürzt. Das wäre auch etwas unkomfortabel. Aber wie gesagt, bei dem... Bei Beton hier ist das gar nicht so dramatisch. Das ist gar nicht so dramatisch. Das ist gar nicht so dramatisch. Das ist gar nicht so dramatisch. Aber wie tief müssen wir hier? Oder zwei reichen. Das müssen wir dann mal tun, wie wir es machen. Da kriegen wir wenigstens ordentlich Steine raus. Das ist eben halt der Vorteil. Aber doch, unser Stück nach unten. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir noch so weit runter müssen. Ich hatte ja gesagt, diese Steinebene müssen auf jeden Fall runter. Ich möchte hier nicht noch irgendwo Erde haben. Da kommen die Zolle nicht einfach zu leicht durch. Da kommen die... Oh, was ist das hier? Eisen? So. Ne, sah noch aus wie Eisen. Ist kein Eisen. Gut. Dann setzen wir schon mal hier die ersten Frames rein. Dann werten wir es auch gleich mal auf. Und Level Up. So, dann machen wir die gleich oben drauf. Die Platten. So. So. Oh, haben wir einen zu weit gesetzt? Ne, ne? Ne, das haut glaube ich hin. So. Hm. So. 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 Okay. Das wäre mal eine komplette Seite. Das wäre mal eine komplette... Auch das können wir natürlich alles mit Stahl machen. Und das machen wir eben halt über die ganze Ebene. Das würde ich jetzt mal so sagen. Oder wir müssen es eben nachher wieder wegreißen. Ey, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen... Äh, entweder machen wir es eben halt so. Oder wir machen auf der Ebene... Machen wir tatsächlich nochmal diese... Diese Säulen rein. Diese runden Säulen. Und dann aber diese kleinen Säulen. Die vielleicht nur so halb... Die, 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 diese halben Säulen. Nicht diese großen fetten Säulen. Diese runden, sondern eben halt diese halb... Halb... Ähm, diese halben... Äh, äh... Aber ich kann mich eben halt auch irren. Ich weiß es nicht. So. Ach, jetzt bin ich schon wieder eins zu tief, ne? Scheiße. Ich kann eigentlich nur auf diese Ebene. Da muss man echt aufpassen, ne? Nicht, dass mir gleich wieder alles zusammenbricht. Das wäre... Oder was heißt wieder? Aber dass mir überhaupt was zusammenbricht. Das wäre echt was unglücklich. So. Was? Wir machen wirklich, glaube ich... Am besten machen wir tatsächlich Ebene für Ebene. Na, ich komme hier nicht hoch. Hallo? Komme ich jetzt hier nicht rein? Doch, jetzt... Oder wir lassen uns einfach drauf ankommen. Wir lassen uns vielleicht einfach drauf ankommen, machen hier erstmal alles nur mit Sockel. Dann wäre das ja ein riesig großer Sockel. Das ist schon fast eher ein Sockelfundament, wenn man so will. Und dann, wenn man sieht, im Nachhinein, Mensch, das ist doch nicht so toll, dann topfe ich das eben halt wieder weg. So. Und umbauen kann man ja immer mal. Das ist ja nicht das Problem. Ist zwar dann immer ein bisschen weggekloppe, aber das ist mir dann immer noch lieber, als wenn wir irgendwas hinzimmern, wo wir dann noch mehr Arbeit haben, weil wir komplett das gesamte Gebäude wegreißen. Ich habe dann erstmal lieber eine sichere Basis, weiß dann aber, okay, da kommen die Zombies nicht durch. Aber ich muss das vorhin mal ein bisschen optimieren. Das ist mir lieber, als wenn ich nur eine halbgare Zombie-Base habe, die komplett überlaufen wird. Das wäre ja auch nicht so geil. Das wäre ja auch nicht so geil. Wir können in der Nacht am besten auch gleich nochmal ein paar Frames mal craften hier. Das würde auch natürlich bei weitem nicht reichen. So, einmal die Bodenplatte hätte ich gern. Danke. Danke. Natürlich nur die Frage, wann kommt die nächste Horde? Alle fünf Tage habe ich jetzt eingestellt, aber ich denke mal, die nächste Horde wird sicherlich Tag 7 kommen. Und dann darauf, die nächste Horde wird dann sicherlich wahrscheinlich erst dann tatsächlich Tag 5 kommen. Das würde, glaube ich, noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also, ich denke mal, die Horde ist jetzt schon eingetaktet für Tag 7. So. Ich zeige. Dann setze ich hier die Säulen rein. Ups. Da eine hin, da. Dann können wir hier vorne eigentlich auch gleich eine setzen. Dann werden wir schon den Platz haben. So. Na ja, und so machen wir halt immer weiter. Und so haben wir hier vorne dann immer schöne Basis. Ich will nur hoffen, dass das auch wirklich so hinhaut. Ich meine, der Vorteil ist hierhin ja natürlich, ähm, das Gebäude kann mir eigentlich nicht zusammenstürzen. Auf die Art und Weise. Das kann mir eigentlich nicht zusammenstürzen. Weil selbst wenn die Zombies die ein oder andere flache Platte wegkloppen würden, selbst dann, ähm, wäre das alles gar kein Problem. Das Einzige, was wir vielleicht machen müssten, wäre vielleicht doch nochmal eine Klappe. Also eine Klappe, dass wir wirklich hier unten landen, weil dann können wir vielleicht auch von innen aus reparieren. Das wäre nämlich dann auch nochmal super. Dann müssten wir aber auch mal zusehen, dass wir auf der Ebene, bis zu der Ebene, müssen wir die Grube auf jeden Fall runterziehen. Das ist alles nix. Das sind uns alles nix. Das wird schon wieder ein Bauprojekt, ne? Das wird schon wieder ein heftiges, heftig großes Bauprojekt werden. Oh Mann, ey. Vor allem bei der nächsten Horde wird das natürlich schwierig, weil jetzt gerade wirklich die ganzen, natürlich die ganzen Grubenreise, habe ich natürlich ordentlich Fläche für die Zombies, wo sie sich schön verteilen können, wo wir sie wenig weggefräst kriegen, ne? Das ist natürlich das Problem. Ja, wie ich schon sagte, da hoffe ich eben halt darauf, dass sie vielleicht doch eher sagen, hey, komm, wenn das ganze Gebäude schwebt, dann gehe ich lieber hier oben lang und dann gehe ich halt hier die Rampe hoch. Das hat ja eigentlich bei der letzten Horde eigentlich auch schon ganz gut funktioniert. Muss ich ja sagen. Also das hat schon ganz gut funktioniert. Aber ob sie es dann halt auf Dauer so annehmen, ist halt die Frage. Das ist die Frage, ob wir das tun. Schön, der Stein mit dem noch. Jetzt muss ich ja noch ein bisschen was reißen. Na, hier haben wir nämlich dann schon die Erde. Also das ist die Erde. So, da können wir bei. Das ist in Ordnung. So. Okay. Okay. Natürlich dann hier ein paar Frames. Vielleicht die Bodenplatte. In Ordnung. Ein bisschen was weg. Das ist von der West. Nein. Ich muss doch eigentlich nur aufwerten. so weit, so gut. Dann machen wir hier die nächsten. Dann gleich noch die Platten ran und dann haben wir es jetzt. Dann haben wir auch die dritte Ebene schon. Das blöde ist natürlich, dass wir hier jetzt nicht mit Stahl aufwerten. Das machen wir, glaube ich, wenn es dann halt so weit ist. Also wenn wir, wenn die Zombies tatsächlich hier mal die eine oder andere Säule wegkloppen oder sowas, das machen wir dann halt dann im Nachhinein. Dann, dass wir sonst das, was kaputt ist, hier gleich mit Stahl machen oder so. Mal sehen. Mal oben, glaube ich. So. Ups. Wir müssen in der Nacht unbedingt erstmal wieder ein paar Frames craften. Deswegen brauchen wir wieder manchmal Eisen. Und mal abgesehen davon, Beton. Ei, ei, ei. Das wird auch schon wieder knapp. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Da kommen wir schon mal so langsam vor. Ah ja, guck mal, was wir noch alles vor uns haben. Wie viele sind das jetzt insgesamt? Drei haben wir geschafft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, müssen wir noch, drei haben wir schon. Naja, gut. Mal gucken. Mal schauen, wie schnell wir da fertig werden. Aber jo, gut. Kann man machen, glaube ich. Kann man, glaube ich, machen. Und dann kommen eben sowieso hier, kommen ja auch nochmal überall nochmal Platten ran. Was war denn hier noch gerade? Da. Na, siehs mal. So kann man dann so langsam die schwimmende Basis bauen. Das wird nachher sicherlich lustig aussehen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Ich weiß noch nicht. Kommenden Tag ist ja Tag 34. Das ist eben halt so unser Händlerbesuchstag. Da können wir natürlich nochmal rumfahren. In der Zwischenzeit werde ich dann eben nochmal hier und da vielleicht nochmal ein paar Ressourcen abbauen. Also wie gesagt, wir brauchen Eisen, wir brauchen Öl, wir brauchen Nitrat, wir brauchen Kohle, wir brauchen Blei. Messing brauchen wir zwar auch, aber da müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Am besten ja in die ganzen Gebäude rein, damit wir da ein bisschen Messing rauskriegen. Also das ist, ähm, na, da müssen wir ein bisschen gucken. Müssen wir ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, die ganzen Krams brauchen wir. Also das wäre eigentlich ganz gut zu verbinden. Ja, mal gucken. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss mal sehen, was ich dann davon zeige. Oder wir machen zwischendurch mal den einen oder anderen Break, weil es ist natürlich dann schon ein bisschen langweilig, die ganze Zeit so zu gucken, wie ich auf Stein einprügel oder sowas oder auf irgendwelche Ressourcen. Das ist natürlich schon ein bisschen langweilig. Und das wird sich sicherlich über ein, zwei, drei Folgen ziehen. Und, ähm, naja, schauen wir mal. Äh, wir machen das ganz spontan. Aber an dieser Stelle ist mal vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Ja, wenn wir dann eben mal so eine kleine Händlertour machen. Mein, mein kleiner Traum wäre ja immer nochmal ein Rezept für einen Bohrer, damit wir einen 5er Bohrer bauen können. Das wäre natürlich nochmal super. Oder vielleicht irgendwie eine andere Waffe. Aber da selbst da sind wir eigentlich waffentechnisch eigentlich ganz gut aufgestellt. Uns fehlen momentan eben halt nur die Ressourcen. Damit wir ordentlich Munitionsnachschub etc. bauen können. Ne? Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge 7 Days to Die. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.